Wie soll ich denn sagen, sind dann die Hauptpatienten von seiner Praxis. Aber nach und nach kommen immer mehr Patienten zu ihm, die zu hoher Blutdruck haben oder Schlaflosigkeiten haben. Und bei dem nächsten Workshop, was wir hatten, haben wir ihn dann nochmal eingeladen, damit er seine Erfahrungsberichte sozusagen mit den Teilnehmern unterrichten kann. Und da haben die Patienten von ihm in der Tat, also die an den Blutzuckerkrankheiten leideten, später sind sie dann zu Krankenhäusern gegangen, mehreren. Und bei Spezialisten sich untersuchen lassen, und ihre Werte haben sich alle normalisiert. Es gab einen Freund von mir, der selbst mal in den USA Medizin studiert hat, der selbst ein Arzt ist. Er ist der Meinung, diese Art von Geschichte für ihn ist absolut glaubwürdig. Dann habe ich ja gefragt, hast du schon mal Erfahrungen gemacht, dass man durch westliche Medizin ein einziger Zuckerkrankheiten Patient geheilt hätte? Er meinte zu mir, bis jetzt ist mir das unbekannt. Und da habe ich ihn gefragt, sie haben ja sieben bis acht Jahre lang ihr Medizin Studium gemacht und sind auch promoviert. Wissen Sie eigentlich, was der liebe Kollege eigentlich für ein Mensch ist? Dieser人就是在这个地毯上卖鞋的. Ursprünglich war der gute Arzt nämlich nur ein Schuhverkäufer. Es ist eigentlich total ironisch, dass einer fachlich ausgebildete Person, also Medizinischer Personal, der sieben oder acht Jahre lang Ausbildung hinter sich hat, die Krankheiten nicht besser heilen kann als ein Schuhverkäufer. Es gibt sogar einmal einen Teilnehmer bei uns, der Bürgermeister war. Da hatte ich mich natürlich gewundert, weil solche Leute normalerweise ganz anders zu tun haben. Er hat mir gesagt, ich habe ihre Bücher gelesen, und danach sind meine chronischen Krankheiten, nämlich zu hoher Blutdruck, Hautaufschlag und drinnen Augen verschwunden. Er hat mir gesagt, ich habe ihn sehr gut gemacht und er hat noch 30 Jahre lang verletzt, dass er so gut gemacht hat. Er hat mir gesagt, mit Hilfe meiner Methode hat er aufgehört Zigaretten zu rauchen, dabei war er über 30 Jahre lang ein Raucher gewesen. Die lustige Geschichte ist es nämlich so, der Bürgermeister hat dann damals zu mir gesagt, ich habe ja schon eine Planung gemacht, in zwei Jahren scheide ich aus dem Amt aus. Also ich mache ihn jetzt schon mal zu meinem Meister und wenn ich fertig bin, dann kann ich ja übergangslos mal meine Praxis aufmachen. Also, er hat der Bürgermeister ein Hobby, ist es nämlich so, dass der dann in Konniktu in seine Dörfer unterwegs ist? Er meinte, die Erfolge und die Freude, was er bei den Patienten verspüren kann, ist viel mehr als das, was er als Bürgermeister jemals erfahren könnte. Jetzt ein Beispiel, gerade bei den älteren Patienten, jetzt möchte ich mal über drei älteren Doktoren sprechen. Also das sind schon ältere Menschen und selbst Ärzte sind. Die haben alle, sagen wir so, chronische Krankheiten wie zu hoher Blutdruck, Herzleiden, Zuckerkrankheiten und so weiter. Letztendlich haben Sie die Erfahrung gemacht, Sie haben jahrzehntelang Medikamente gegen eine Krankheit genommen und durch die Nebenwirkungen sind andere Organe kaputt gegangen. Dann nehmen Sie daraufhin Medikamente gegen diese Folgekrankheiten und daraufhin gehen wiederum andere Körperteile kaputt. Von diesen drei Doktoren, Ärzten, eine davon ist nämlich meine eigene Mutter. Letztendlich haben diese drei alte Ärzte, bzw. auch natürlich meine Mutter, Sie haben dann letztendlich bei uns einen Kur gemacht und Ihre chronische Krankheiten sind dann später geheilt worden. Und eine davon war ja sogar mit der Rollstuhl gekommen und später ist sie dann zu Fuß nach Hause gegangen. Und eine davon war ja sogar mit der Rollstuhl gekommen und später ist sie dann zu Fuß nach Hause gegangen. Und eine könnte die ausgezeichnete Wirkung selber gar nicht glauben und sie hat dann ihr Blutdruck mit drei verschiedenen Blutdruckmesser gemessen, bis sie dann letztendlich sicher war, dass sie normale Werte hatten. Wir haben vorhin über verschiedene Voraussetzungen gesprochen. Eine davon ist die sichere Anwendung. Wir sagen zwar, es gibt keine Nebenwirkungen, aber es gibt drei Punkte, die man durchaus aus bestimmten Aspekten als Nebenwirkungen sehen kann. Das eine ist die eine. Das eine ist ja, dass man dadurch Gewicht verliert. andere ist die美容. zweitens sie bekommen bessere Teint. und dritte Punkt. Es kann durchaus auch zu bestimmter Wachstum bei ihrer Körpergröße führen. Und wir haben ja gesehen, dass gerade die ältere Patienten, also ältere Menschen, wenn sie diese Methode anwenden, dann ist ihre Körperwachstum sogar ausgeprägter als bei kleinen Kindern. Weil viele junge Menschen, das ist ein Pferd, oder das ist ein Pferd. Und wenn sie diese Methode anwenden, dann ist sie das Pferd. Letztendlich sind sie nicht wirklich tatsächlich gewachsen, sondern die haben meistens eine sehr ungesunde Körperhaltung. Und die können auch nicht gerade stehen. Und durch die Methode sind sie auf einmal größer geworden. Später. Ein meiner Schüler namens Yuanze, er hat nach der Anwendung bei Messungen insgesamt zwei Zentimeter zu genommen. Okay, das sind Nebenwirkungen, die eventuell aufdrehen. das ist nicht unbedingt garantiert. Die s蒙wirkungen Er ist eine gewöhnliche.